Hoi Jenny. Jenny, wirst du dich umbringen? Ja, ich werde eigentlich von allen gemobbt. Weil ich einfach so ein Bild herumgeschickt habe. Was für ein Bild? Ein Nachtbild. Wenn du dein Leben ändern würdest, was wäre das? Ich würde ändern, dass mich nicht mehr alle mobben würden und sie akzeptieren würden, wie ich bin. Was ist deine Sehnsucht? Meine Sehnsucht ist, von allen Menschen akzeptiert zu werden und dass sie mich einfach nur sein können. Was möchtest du gerne an dir? Auch mir habe ich nichts gegeben. Kannst du deinen Peinungen verzeihen? Nein, niemals. Sie haben mich viel zu fest gemacht, sie haben mich viel zu tief runtergebracht. Was möchtest du deinen Peinungen sagen, wenn du könntest? Ich würde ihnen... Ja, alle Chancen sagen, dass sie mich einfach so gemobbt haben aus dem Nichts. Weil sie haben eigentlich nichts mehr mehr zu tun. Würdest du wieder einem Typ ein Nachtbild schicken? Nein, das mache ich niemand mehr. Weil ich jetzt nicht nachher so fest gemobbt wäre. Das war die Feste. Das war die Feste.